Herzlich Willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock dem Gründer vor vielen Jahren gegeben wurde. Gott sagte, ich habe Kinder in der Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich um Dienste, Segnungen und Gaben gebeten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Teil ihres Geistes, den es nie erfüllt hat, der für eine innige Beziehung mit mir vorgesehen ist. Jetzt rufen ihre Herzen nach mir, nur nach mir. Zu ihnen sende ich dich, denn ich möchte nicht, dass sie die Jahre benötigen, die du gebraucht hast, um zu mir zu kommen, weil es damals niemanden gab, der dir zeigte, wie es geht. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Schulungsdienst, der in den Leib Christi gesandt wurde, um Menschen zu erreichen, die ein Herz für Gott haben. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen, in ihm wachsen und für sein Erscheinen bereit sein wollen. Heute teile ich eine Botschaft zum Thema beschämt. David sagte im Psalm, Kapitel 22, in Versen 3 bis 5. Das ist in den Psalmen, Kapitel 22, Beginn in Vers 3. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Vers 4 Auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten, und du errettetest sie. Vers 5 Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht beschämt. Das Wort beschämt bei Strongs ist die Nummer 954. Es ist eine primitive Wurzel. Eigentlich blass werden, das heißt, sich schämen, auch implizit enttäuscht werden, oder sich verzögern. Sein, machen, bringen, bewirken, setzen, mit Schande, verwirrt, verwirrtheit, verwirrt sein, trocken werden, verzögern, lang sein. Nur diejenigen, die ihren Glauben zu 100% auf ihn setzen, werden nicht beschämt werden. Hier sind einige Anzeichen dafür, dass du bereits beschämt bist, weil dein Glaube fehlgeleitet wurde. Nummer 1 Dein Erscheinungsbild ist aus Angst vor dem Versagen oder vor Furcht blass. Nummer 2 Sich schämen, wichtige Dinge zu vergessen. Nummer 3 Enttäuscht sein, wenn Situationen nicht wie geplant funktionieren. Nummer 4 Weil wichtigen Aufgaben in Verzug geraten oder Gottes Zeitplan verpassen. Nummer 5 Durch Unwissenheit oder Nicht-Zuhören beschämt werden. Nummer 6 Verwirrt werden, indem du deinen Verstand verwendest, anstatt Gott zu fragen. Nummer 7 Mangel an Motivation oder geistig trocken werden. Nummer 8 Du erlebst Probleme, die länger brauchen, um gelöst zu werden oder zu heilen. Es ist wichtig, eine gute geistige Diagnose zu bekommen. In diesen letzten Tagen suchen viele nach einer einfachen Lösung für ihr zeitliches, fleischliches Leben und glauben, was sie hören wollen. Ein berühmter Prediger, der jetzt tot ist und in Großbritannien lebte, schrieb unter Berufung auf Psalm 22, Vers 4, dass der einzige Weg zurück in die Gegenwart Gottes durch Lobpreis und Anbetung führt. Aber das ist eine Lüge. Er wurde nie herausgefordert, weil er beliebt war, Bücher schrieb und die Gemeinde heute schläft. Es gibt nichts, was dich von der Liebe Gottes trennen kann, aber es gibt etwas, das dich von der Gegenwart Gottes trennen wird, und das ist die eigene Sünde. Der einzige Weg zurück in seine Gegenwart ist, dich zu demütigen und deine Sünde zu bekennen. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 15, in Vers 34, das ist in 1. Korinther, Kapitel 15, ich lese Vers 34. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich zur Beschämung. In der Amplified Bible-Glässische Ausgabe heißt es in 1. Korinther 15, Vers 34, Wacht auf aus eurem betrunkenen Zustand und kehrt zurück zu eurem nüchternen Verstand und eurer Vernunft und sündigt nicht mehr, denn einige von euch kennen Gott nicht. Ihr seid absichtlich und schändlich unwissend und seid es immer noch, weil euch der Sinn für Gottes Gegenwart und jede wahre Erkenntnis von ihm fehlt. Das sage ich zu eurer Schande. Wegen der Sünde wird dir die Gegenwart Gottes fehlen. Damit du sündigst, musst du zuerst auf deinen Verstand und dein Herz statt auf seine Anweisung hören und beschließen, dass du es besser weißt als Gott. Du musst die Autorität über Gott an dich reißen und dem Heiligen Geist widerstehen. Es gibt zwei Arten von Sünden, die Begehungssünden und die Unterlassungssünde. Der Geist wird sich betrüben, wenn du sündigst. Um weiterzumachen, musst du völlig, willentlich und schändlich ignorieren, wer Gott ist. Sünde bedeutet, Gott nicht mit deinem ganzen Herzen zu vertrauen. Nur er kann alle Entscheidungen treffen. Wenn schlichte Frucht erscheint, kannst du jene im Leib Christi aufwecken, die eingeschlafen sind. Viele wachen nicht auf zur Gerechtigkeit, bevor sie wieder einschlafen. Wir lesen in Johannes Kapitel 1 in Versen 10 bis 15. Das Johannes Evangelium Kapitel 1 beginnt in Versen 10. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Vers 11. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen er gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Vers 13. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Vers 15. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, Dieser war es, von dem ich sagte, Der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war er als ich. Die Juden hätten für sein erstes Kommen bereit sein müssen, während sie eine Menge Überführung verarbeiten. Die Gnade kam durch das Studium des Gesetzes. Unter dem alten Bund musste man demütig bleiben, wenn man überführt wurde, um die Gnade zu bekommen, die man brauchte, um tiefe Buße zu tun. Mit Gnade und Barmherzigkeit kannst du alles tun. Als Jesus kam, gab er denen, die an seinen Namen glauben, Macht. Wenn du glaubst, was er dir gesagt hat, und ihm sofort gehorchst, glaubst du auch an seinen Namen. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, Vers 16-18. Das ist Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 16. Und aus seiner Fülle haben wir alles empfangen, Gnade um Gnade. Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Gottes Gnade und Wahrheit stand jedem zur Verfügung, der sich durch Überführung demütigte, aber die religiösen Juden machten ihre eigenen Regeln, damit sie den Buchstaben des Gesetzes erfüllen konnten, ohne tiefe Buße tun zu müssen. Sie waren zu Gelehrten des Gesetzes geworden, gebildet, wissend, weise in ihren eigenen Augen und widersetzten sich der Überführung. Jesus brachte Gnade und Wahrheit in seiner Lehre, um den Juden zu helfen, ihre Blindheit zu überwinden, um die Wurzel der Sünde zu finden, aber sie weigerten sich. Wir lesen in Lukas, Kapitel 2, in den Versen 40 bis 47. Das ist das Lukas Evangelium, Kapitel 2, Beginn in Vers 40. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Vers 41 Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Vers 42 Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Vers 43 Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Vers 44 Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Vers 45 Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Vers 46 Und es geschah, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Vers 47 Vers 47 Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Die Juden erwarten nicht, dass ein 30-Jähriger so viel Weisheit und Wissen besitzt. Jesus' Weisheit übertraf die der Gesetzeskundigen. Mit zwölf Jahren machte Jesus die religiösen Leiter zu Schanden. Viele nahmen an, dass Jesus in seiner Kindheit keine Schwierigkeiten durchgemacht hat. Er wurde in jeder Hinsicht versucht wie wir, hat nie die Herrschaft übernommen, ist nie ins Fleisch gegangen und hat nie gesündigt. Er war in nur 30 Jahren der gleichen Menge an Sorgen und Leiden ausgesetzt, die wir in einem ganzen Leben erleben. Jesus lehrte im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, in den Versen 1 bis 13. Ich lese das Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 1. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Vers 2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Weil ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Vers 3. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Vers 4. Damit dein Almosen im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgenen sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Weil ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Vers 6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgenen sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Vers 8. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Vers 11. Gib uns heute unser tägliches Brot. Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Vers 13. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bei Strongs steht das Wort Almosen unter der Nummer 1654. Er kommt von einem anderen Wort und bedeutet Barmherzigkeit, das heißt, gegenüber den Armen Wohltätigkeit oder konkret eine Wohltat, Almosen. Bei Strongs ist das Wort Belohnung die Nummer 591. Er kommt von einem anderen Wort und bedeutet so viel wie Verschenken, das heißt, nach oben, über, zurück und so weiter in verschiedenen Anwendungen. Ausliefern, wiedergeben, leisten, belohnen, vergelten, zurückgeben, belohnen, verkaufen, abgeben. In der Amplified Bible klassische Ausgabe steht in Matthäus 6 Vers 1 Hütet euch davor, eure guten Taten öffentlich oder vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei und von eurem Vater, der im Himmel ist. In der Message Bible steht in Matthäus 6 Vers 1 Sei besonders vorsichtig, wenn du versuchst, gut zu sein, damit du keine Show daraus machst. Es mag gutes Theater sein, aber der Gott, der dich geschaffen hat, wird nicht applaudieren. Jesus hat nie daran gezweifelt, dass sein Vater ihn nicht entschädigen, vergelten, wiederherstellen oder belohnen würde. Du kannst die gleiche Erfahrung machen, wenn du auf dem schmalen Weg keine Ausreden für deinen Ungehorsam gegenüber dem Heiligen Geist vorbringst. Ohne Sanftmut wirst du immer noch tote Werke tun. Um seine Mission auf Erden zu erfüllen, betete Jesus im Geheimen den ganzen Weg bis zum Kreuz. Negative Erfahrungen wurden für Christus zu einer Quelle der Weisheit, weil er glaubte, dass keine Situation unfair oder ungerecht ist, wenn sein himmlischer Vater die Kontrolle hat. Er sagte, wenn du seinem Beispiel folgst, wird der Vater dich für alle Verluste, die du um der Gerechtigkeit willen erleidest, offen belohnen oder entschädigen. Heuchler, die in die Trompete blasen und sich an den Buchstaben des Gesetzes halten, könnten ihren Lohn nicht mitnehmen. Jesus betete darum, dass sein Name verehrt werde, sein Reich schnell komme und sein Wille geschehe und das Leiden auf Erden auf ein Minimum reduziert werde. Jesus verzweifelte nie an den täglichen Anweisungen seines Vaters. Jesus bekam all seine Mahlzeiten, indem er beständig nach Gerechtigkeit strebte. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Das ist Matthäus Evangelium, Kapitel 6, Lesefest 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das Wort Trachten bei Strons ist Nummer 2212. Es kommt von unbestimmter Herkunft. Zu suchen, wörtlich oder bildlich. Speziell Gott zu verehren oder in einem schlechten Sinn, sich zu verschwören gegen das Leben. Wunsch, Bemühen, Erkundigen, Verlangen, Suchen. In der Amplified Bible, klassische Ausgabe, steht in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, seiner Art, recht zu handeln und rechtens zu sein. Dann wird euch das alles zusammengenommen noch dazugegeben werden. Das Wort Trachten bedeutet wörtlich oder im übertragenen Sinne anstreben. Dem Reich Gottes mit Sanftmut nachzustreben ist jetzt möglich, so wie es hier auf der Erde seit etwa 2000 Jahren, seit dem Pfingsttag, aufgrund dessen, was Jesus getan hat, möglich ist. Das ist für jeden verfügbar. Paulus schrieb in Römer, Kapitel 14, in Versen 17 bis 19. Das ist im Buch Römer, Kapitel 14, Lese Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Vers 18. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Vers 19. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Leichtliche Christen glauben, Gott kümmere sich um die, die sich um sich selbst kümmern. Paulus sagte der Gemeinde, sie sollen den Dingen nachgehen, die den Frieden Gottes schaffen, nicht den Frieden der Welt. Manche machen Frieden, weil sie keinen Konflikt mit dieser Welt wollen. Du brauchst Gottes Frieden, wenn du Christus folgst. Du kannst von denen entfremdet werden, die dem Teufel folgen oder von der Wahrheit abweichen. In der Living Bible steht in Römer, Kapitel 14, in Versen 18 und 19. Wenn du Christus in diesen Angelegenheiten Herr sein lässt, wird Gott sich freuen und andere auch. Strebt auf diese Weise nach Harmonie in der Gemeinde und versucht, euch gegenseitig aufzubauen. Mit Frieden und Freude in seinem Reich zu dienen und zu wirken, auch wenn sich die Umstände ändern, ist für Gott und die Menschen sichtbar. Du brauchst nicht, in die Trompete zu blasen oder viel Lärm zu machen, um Gottes Aufmerksamkeit zu erregen. Der Friede Gottes muss jedoch in Umständen, die nicht friedlich sind, durch Buße von toten Werken aufrechterhalten und entwickelt werden. Die Sünde des Unterlassens wird dazu führen, dass du deinen Frieden verlierst. Was du zur richtigen Zeit versäumst, wird später unnötigen Stress verursachen, wenn du versuchst, es nachzuholen. Deine Bedürfnisse werden durch Gottes allgenügende Gnade oder eine übernatürliche Versorgung erfüllt, wenn du sanftmütig bist und dem Geist vollkommen vertraust und gehorchst. Paulus schrieb in Philippa, Kapitel 4, in den Versen 1 bis 3, in dem Buch Philippa, Kapitel 4, ich lese Vers 1, Darum, meine geliebten und ersinnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Vers 2, ich ermahne euch, Euodia, und ich ermahne ihr uns in Tüche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Vers 3, und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Wenn du mit Christus eng verbunden bist, werden deine Gefühle betroffen sein, aber du wirst nur Schmerz empfinden, wenn Jesus in eine Richtung geht und du dich widersetzt. Ansonsten wäre das Joch sanft und die Last leicht sein. Wenn du im Evangelium arbeitest und mit Christus verbunden bist, wird dein Name im Buch des Lebens des Lammes erscheinen. Du wirst einige Feinde haben, wenn du Christus nachfolgst, aber wenn du in der Welt sehr beliebt sein wirst, kann dein Name ausgelöscht werden. Bleib standhaft, und auch du wirst die Freude und die Krone eines Apostels werden. Ein Zeugnis aus meinem Leben erscheint in Kapitel 1 des Buches Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, Geistig aufwachsen, von Joseph Hatchcock. Mein Name erschien im Buch eines Apostels, weil ich keine Ausreden vorbrachte, nicht zu gehorchen, was der Heilige Geist mir sagte. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 5 Das ist 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 5 Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns, durch den Willen Gottes. Richte dich nach Gottes vollkommenen Willen für dein Leben aus, und du wirst genauso wie Jesus an Erkenntnis und Weisheit zunehmen. Ordne dich zuerst Gott unter, und dann demjenigen, den Gott geschickt hat, um dir zu helfen, und folge den Anweisungen. In der Message Bible steht in Matthäus, Kapitel 6, Vers 33 Verankere dein Leben in Gottes Realität, Gottes Tatkraft und Gottes Versorgung. Sorge dich nicht, etwas zu verpassen. Du wirst alle deine menschlichen Bedürfnisse erfüllt sehen. Diejenigen, die denken, dass sie etwas verpassen, was diese Welt zu bieten hat, hören auf den Teufel, nur weil sie nicht gereist sind oder etwas gesehen haben. Stelle dem Fleisch eine Falle, damit du es aufhalten kannst, wenn es versucht, die Macht zu übernehmen und etwas anzustoßen. Das Fleisch ist ein Feind, selbstsüchtig und immer ungerecht. Zeichne die Frucht von Entscheidungen auf, die du täglich triffst. Wenn du auf Gott hörst, wirst du keine göttlichen Verabredungen verpassen. Führe ein Tagebuch und schmiede einen Plan gegen dein eigenes Fleisch, damit du von toten Werken umkehren kannst. Tote Werke können gut oder sogar religiös sein. Ein Tagebuch hilft dabei, den Beweis dafür zu erbringen, dass du von toten Werken umkehren musst und stattdessen Gottes vollkommenen Willen zu tun. Frage Gott, warum etwas nicht so zur Verfügung gestellt wurde wie zuvor, sonst wirst du noch mehr tote Werke tun. Johannes schrieb in 1. Johannes 3, Vers 7 und 8. Vers 7 Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Vers 8 Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Noah Webster definierte Ungerechtigkeit als Ungerechtigkeit, ein Verstoß gegen das göttliche Gesetz oder gegen die einfachen Grundsätze von Recht und Billigkeit, Bosheit. Ungerechtigkeit kann aus einer einzelnen ungerechten Handlung bestehen, aber im Allgemeinen, wenn es auf Personen angewandt wird, verzeichnet es einen gewohnheitsmäßigen Verlauf von Bosheit. In der Living Bible steht in 1. Johannes 3, Vers 7 und 8. Liebe Kinder, lasst euch nicht täuschen. Wenn ihr ständig das Gute tut, dann deshalb, weil ihr gut seid, genau wie er. Wenn ihr aber ständig sündigt, dann zeigt das, dass ihr zu Satan gehört, der, seit er angefangen hat zu sündigen, unaufhörlich dabei ist. Aber der Sohn Gottes ist gekommen, um diese Werke des Teufels zu zerstören. Die Werke des Teufels sind schlechte Werke, aber auch tote Werke, die nicht vom Heiligen Geist angeleitet wurden. Diejenigen, die unter Druck in komplizierten Situationen beständig Gutes tun, sind gerecht. Es gibt keine Ausrede dafür, irgendeine Sünde zu begehen. Wenn du vom Geist geleitet und kontrolliert wirst, und nach Gerechtigkeit strebst, wirst du Gnade und Wahrheit bekommen und damit deine Fähigkeit zu hören und zu gehorchen verbessern können. Jede Form der Kommunikation ist gültig, wenn du nach seinem vollkommenen Willen suchst. Aber nicht, wenn du nach seinem erlaubten Willen suchst. Wenn du die Frage stellst, ob ich dies oder das tun darf und es nicht dem geschriebenen Wort widerspricht, wirst du immer ein Ja hören. Auch wenn es immer noch Gottes vollkommenen Willen verfehlt. Du musst weiterzuhören und nicht denken, dass die Antwort Ja ein Okay ist. Etwas zu tun, wenn du im Geist bist, wirst du fragen, ob es irgendwelche Bedingungen gibt und nach einer Bestätigung suchen. Paulus sagte in Römer, Kapitel 6, Vers 18, das ist im Buch Römer, Kapitel 6, in Vers 18, nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Weitere Informationen über die moderne Kommunikation mit Gott findest du in Kapitel 11 des Buches Meine Schafe hören meine Stimme, überarbeitende Ausgabe von Joseph Hatchcock. In der Amplified Bible heißt es in Römer, Kapitel 6, Vers 18, Und nachdem ihr von der Sünde befreit worden seid, seid ihr zu Dienern der Gerechtigkeit geworden, der Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen in Gedanken, Absichten und Taten. Diener der Gerechtigkeit zu sein, ist möglich, von dem Moment an, in dem du wiedergeboren bist. Du kannst dies tun, indem du seinen vollkommenen Willen suchst. Du musst nicht über dein Leben nachdenken, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast. Zum Zeitpunkt der Erlösung bist du durch Gnade in die Gegenwart Gottes gekommen und hast den Heiligen Geist empfangen, als du zugestimmt hast, sofort Buße zu tun und im Glauben zu gehorchen. Du solltest immer noch im Glauben an das leben, was Gott dir sagt und wann. Jesus sagt in Matthäus, Kapitel 7, Vers 21, das Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, ich lese Vers 21, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Du kannst in seine Gegenwart eintreten, weil du seinen Namen erhebst und dich wie ein kleines Kind demütigst. Aber wenn du ihn nur Herr nennst, wirst du nicht lange bleiben, denn er ist heilig. Paulus schrieb in Philippa, Kapitel 3, in den Versen 1 bis 3, Das ist Philippa, Kapitel 3, ich lese Vers 1, Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Vers 2, Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Vers 3, Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Der Teufel will, dass du dem Fleisch vertraust. Hüte dich vor denen, die dir ausreden oder einen Ersatz für Gottes vollkommenen Willen anbieten. Alles, was Gottes vollkommenen Willen für dein Leben in Gedanken, Absichten und Taten widerspricht, ist Sünde. Du musst Lügen über Gott glauben, um bös zu tun. Die Wurzel aller Sünde ist eine Lüge, die du um deines Fleisches Willen für die Wahrheit hältst. Du hast als Christ den Geist der Wahrheit empfangen, also musst du dich jetzt, da du wiedergeboren bist, für Lügen und Unwissenheit entscheiden. Um zu sündigen, musst du den Heiligen Geist zurückweisen oder ihm widerstehen und die Sünde einladen, indem du auf dein Fleisch hörst. Fleischliche Christen mit einem Vertrauen in das Fleisch bellen wie ein Hund mit Ausreden, wenn sie die Wahrheit hören. Wir lesen im Buch Jesaja Kapitel 6 in den Versen 1 bis 5. Es ist im Buch Jesaja Kapitel 6, Beginn in Vers 1. Im Todesjahr des Königs Ossia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Vers 2. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Vers 3. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, 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 ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Vers 4. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Vers 5. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn mein Auge, meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Das Wort Vergehen ist bei Strongs die Nummer 1, 8, 2, 0. Eine primitive Wurzel, stumm oder stumm zu sein, also zu versagen oder unterzugehen, transitiv zu zerstören, aufhören, abgeschnitten werden, zerstören, zum Schweigen gebracht werden, ungeschehen gemacht werden, ganz und gar. Hüte dich vor der Politik. Jesaja hatte unreine Lippen, weil er mit anderen über die Situation in Israel nach dem Tod von König Usia sprach. Deine Lippen werden unrein, wenn du über die Geschehnisse in dieser Welt sprichst, anstatt das zu tun, was Gott will. Du wirst dich durch die Sünde des Unterlassens unrein fühlen, wenn Gott durch seinen Geist mächtig zu wirken beginnt, weil du nicht bereit bist. Paulus schrieb in 1. Thessalonika, Kapitel 5, in Versen 1 bis 6, das ist 1. Thessalonika, Kapitel 5, beginnt in Vers 1. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Vers 2, Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Vers 3, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Venen, eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Vers 4, Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Vers 5, Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Vers 6, So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Jeder sollte nach oben schauen und sich bereit machen, denn Jesus kommt bald. Niemand ist stark genug, um die Versuchung in den letzten Tagen zu überwinden. Um nicht beschämt zu werden, musst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dich von der Versuchung schnell abwenden. Du solltest nüchtern und wachsam sein und Gott alles fragen, wofür er dir Augen gibt zu sehen. Verarbeite nichts mit deinem Verstand, denn du wirst einem Weg folgen, der richtig erscheint. Wir leben aus Glauben, nicht aus Schauen. Das lehrte Jesus in Matthäus 6, Vers 34. Das Matthäus Evangelium, Kapitel 6, ich lese Vers 34. Darum solltet ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Gottes Gnade genügt denen, die demütig sind. Das Böse in dieser Welt und andere für deine Sünde verantwortlich zu machen, ist nur eine Ausrede und bedeutet sogar, Gott zu richten. Salomon schrieb in Sprüche, Kapitel 3, Vers 3. Das ist Sprüche, Kapitel 3, Lese Vers 3. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. In dem Buch, Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, Geistlich Aufwachsen, Kapitel 1, Wer bist du? Auf Seite 19, schreibt Joseph Hatchcock. Wenn du weise bist und dem Gehäuß, was Gott dir sagt, wird göttliche Frucht sichtbar. Zuerst verändert sich deine Einstellung zum Herrn, deine Denkweise ändert sich, das ist Teil des Prozesses, wenn du dem Heiligen Geist erlaubst, sein Werk in dir zu tun. Er verändert, was du glaubst, denkst und wie du handelst, damit es mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Typischerweise beginnen diejenigen, die aus der natürlichen Welt heraus agieren, mit einer Schlussfolgerung, die sie für die Wahrheit halten. Wenn sie klare Bibelstellen finden, die ihrem Glauben widersprechen, werden sie von ihrem Verstand verworfen. Sie passen das Wort Gottes so an, dass es mit dem übereinstimmt, was sie bereits zu glauben beschlossen haben. Diese Täuschung ist in der heutigen Gemeinde weit verbreitet. Vorgefasste Meinungen darüber, was wahr ist, werden dich jedes Mal täuschen. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dir die Wahrheit zu sagen. Du solltest lernen, dich vor Gott als einen untadeligen Arbeiter zu erweisen, der das Wort der Wahrheit richtig teilt. 2. Timotheus 2, Vers 15 Dein natürlicher Verstand kann und wird niemals in der Lage sein, die Wahrheit richtig zu teilen. Die Wahrheit wird durch den Geist Gottes offenbart und bestätigt. Alles, was du glaubst, sollte durch den Geist bestätigt werden, bevor du dein Glauben darin freisetzt. Denke daran, was du zu wissen glaubst. Hinde dich daran zu wissen, was Gott dich jetzt wissen lassen will. Ein kleines Problem kann sich mit der Zeit zu einem großen Problem entwickeln, wenn du deinen Verstand verwendest, um alles zu verarbeiten. Du brauchst von Herzigkeit und Wahrheit, um deine Errettung zu bewirken. Dein Herz ist bereits verdorben, weil dein Verstand versucht, mit falschen Prioritäten zur Wahrheit zu kommen. Das Herz, das auf Lügen hört, braucht tiefe Buße. Gott versteht, wo du jetzt stehst und was du als nächstes tun musst. Wenn du dich auf deine Bedürfnisse konzentrierst, wird dein Herz noch mehr verdorben. Führe Buch über falsche Handlungen und Wahrheit und lass Gott sie auf die Tafel deines Herzens schreiben, damit du beim nächsten Mal nicht denselben Fehler machst. In der Message-Bibel steht in Matthäus 6, Vers 34, Richte deine ganze Aufmerksamkeit auf das, was Gott jetzt gerade tut und mach dir keine Gedanken darüber, was morgen passieren könnte oder nicht. Gott wird dir helfen, mit allen schwierigen Dingen umzugehen, wenn die Zeit gekommen ist. Verwende ein Notizbuch, um aufzuschreiben, was der Herr dir sagt. Wenn du von dem, was er dir zeigt, umkehrst, wirst du schnell wachsen. Dein Herz muss wissen, dass die Wahrheit nicht durch Nachdenken kommt. Verlangsame dich, verbringe viel Zeit mit Gott und lass dich vom Heiligen Geist auf das vorbereiten, was als nächstes kommt. Salomo schrieb in Sprüche, Kapitel 27, in den Versen 5 und 6, das ist die Sprüche, Kapitel 27, beginnt Vers 5, Besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Vers 6, Treue gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Du wirst an Gott vielleicht Anstoß nehmen, wenn er dir sagt, dass du zuerst Buße tun musst. Jesus sollte dein bester Freund sein. Der Teufel wird dir Ausreden für dein Ungehorsam gegenüber dem Heiligen Geist anbieten und dir immer sagen, dass jemand anderes das Problem ist. Paulus schrieb in Hebräer, Kapitel 5, in den Versen 11 und 12. Das ist Hebräer, Kapitel 5, Vers 11. Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Vers 12, Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfängsgründe der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Diejenigen, die schwerhörig sind, entkommen den Gefängnissen des Teufels nicht, weil sie mehr auf ihr eigenes Fleisch hören, als auf Gott. Überführung ist immer ein Segen, und du solltest das auch so sehen. Wenn nicht, ist das der Grund, warum du schwerhörig bist. Überführung wird dich dahin führen, dass du Buße tun kannst. Ohne sie bist du nicht bereit, andere Dinge zu hören. In der Living Bible steht in Sprüche 3, Vers 3, Werde niemals müde von Treue halten und Freundlichkeit. Halte diese Tugenden fest. Schreibe sie tief in dein Herz. Sei Gott treu und werde nie müde, seinen vollkommenen Willen zu tun. Er gibt dir Zeit, komplizierte Situationen mit Jesus' Lehren, durch Überführung zu verarbeiten, und wird dir helfen, die Wurzel der Sünde in deinem eigenen Leben zu finden. Paulus schrieb in Hebräer, Kapitel 6, in den Versen 1 bis 3. Das ist im Buch Hebräer, Kapitel 6, liest du Vers 1. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Vers 2. Mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Vers 3. Und das sollen wir tun, wenn Gott es zulässt. In dem Buch Gesunde Lehre in Abschnitt 3, Gesunde Lehre für die Familie, in Kapitel 14, Ihr Männer liebt eure Frauen, auf Seite 158 schreibt Joseph Hedgcock. Lass mich etwas sehr Wichtiges einschieben. Wenn du Gott wirklich kennenlernen willst, werde ich dir einen Schlüssel geben, der dir helfen wird. Um dem zu gehorchen, was Gott sagt, braucht man eine Menge Anweisungen und dazu ist es erforderlich, dass du ihm von Zeit zu Zeit Fragen stellst. Wenn er dir aufträgt, was zu tun, kannst du ihn alles fragen, solange du ihn nicht infrage stellst. Das ist wichtig. Ich habe das auf die schwere Art und Weise gelernt. Wenn du seine Entscheidungen infrage stellst, hast du darüber gerichtet, dass seine Entscheidung falsch war. Um seine Entscheidung als falsch zu beurteilen, musst du dich zuerst über Gott erheben, denn Gericht kann nur von oben kommen. Es kommt niemals von unten. Das ist Gottes Ordnung. Ob es deine Absicht war oder nicht, Gott sieht es so, als hättest du die Autorität über ihn angemaßt. Autorität an sich zu reißen, ist genau, was den Sündenfall verursachte. Der Sündenfall begann ursprünglich, als Satan Gott infrage stellte, in 1. Mose Kapitel 3 in den Versen 1 bis 7. Adam und Eva hörten mehr darauf, was Satan, wie Satan Gottes Gebot infrage stellte, als dem zu gehorchen, was Gott ihnen gesagt hatte. Wenn Gott den Engeln etwas befohlen hätte und sie mehr Informationen gebraucht hätten, hätten sie eine Frage stellen können, aber Lucifer hatte versucht, sich die Autorität über Gott anzueignen. Deshalb wurde er aus dem Himmel geworfen und kam voller Zorn auf die Erde, weil er seine hohe Position verloren hatte. Gott möchte, dass du ein größeres Verständnis hast. Wenn du jedoch anfängst, Gottes Entscheidungen für dein Leben infrage zu stellen, kannst du nicht weitermachen. Gott liebt dich. Er weiß, was deine Sünde ist und dass sie dich von seiner Gegenwart und Erfahrung seiner Liebe trennen wird. Er wird dich nicht weitermachen lassen, wenn du schwerhörig bist. Du kannst dich gegen die Überführung im Dienst wehren, wenn du die Lehren empfängst, die in der Gemeinde gelehrt werden. Paulus schrieb an die Juden und sie hatten Nummer 1 die Lehre von der Taufe und was erforderlich um Christus zu folgen. Nummer 2 ein Dienst mit Handauflegung und Befreiung. Nummer 3 das Wissen um die Auferstehung der Lebenden und der Toten. Nummer 4 das Wissen um das ewige Gericht und das Buch des Lebens des Lammes, das am Ende geöffnet wird. Die Gemeinde in Jerusalem fing gut an, aber nachdem die Verfolgung begann, machten sie geistig Rückschritte, verurteilten Gott, als sich ihre Umstände nicht änderten. Eine vorgefasste Meinung über Gott ist wie ein Unfall, der nur darauf wartet zu passieren. Er ist ein Kratzer an der Oberfläche, der versucht zu heilen. Paulus schrieb in 1. Korinther Kapitel 10 in den Versen 1 ich lese bis Vers 11. 1. Korinther Kapitel 10 beginnt in Vers 1. Ich will aber nicht meine Brüder, dass ihr ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Vers 2. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Vers 3. Und sie haben alle dieselben geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Vers 4. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Vers 5. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Vers 6. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach den Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Vers 7. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Vers 8. Lass uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Vers 9. Lass uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Vers 10. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Vers 11. All diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbildler und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Die Juden hätten ihre Lektion in 40 Tagen lernen können, aber die Reise wurde immer länger, weil sie stattdessen auf ihre eigenen Vorstellungen von richtig und falsch hörten. Sie taten keine Buße von toten Werken. Wenn du Ausreden für deine Sünde vorbringst, kann es Wochen oder Monate dauern, bis du zur Wahrheit kommst. Ohne Vergebung der Sünden werden Verletzungen und Wunden, die von anderen stammen, nicht heilen. Eine Wunde zu heilen, braucht einfach Qualitätszeit, um mit Gott umzukehren. Nicht Befreiung. Werde wie ein kleines Kind. Vergleiche dich nicht mit anderen. Wenn du richtest, wirst du die Verbindung mit Gott verlieren und nie geheilt werden. Wenn du auf Lügen hörst, wirst du am Ende Gott versuchen, die Gnade zu hören, nimmt ab, je mehr du es hinausschiebst. Paulus fuhr fort in 1. Korinther, Kapitel 10, Versen 12 bis 14. Bis 1. Korinther, Kapitel 10, ich lese Vers 12. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so wie ihr sie ertragen könnt. Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Stolz führt dazu, dass du aus der Gnade fällst. Denken ist gefährlich. Götzen sind die Dinge, die dir wichtiger sind als deine Beziehung mit Gott. Du brauchst Qualitätszeit mit Gott, um Überführung richtig zu verarbeiten. Gott wird ein gewisses Maß an Druck zulassen, um ein schwaches oder verdorbenes Fundament zu entlarven. Wenn du täglich dein Kreuz auf dich nimmst und dich selbst verleugnest, werden Ausreden entlarvt. Es gibt keine Entschuldigungen für den Ungehorsen gegenüber Gott, aber es gibt Gründe. Du wirst die Gründe nicht mit deinem Verstand erkennen. Die Gründe können dann durch Buße beseitigt werden, sodass es keine Gründe mehr gibt. Also brauchst du Überführung. Die Götzen in deinem Leben werden in Bereichen sein, in denen du nicht glaubst, dass Gott treu ist. Wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 20, den Versen 18 und 19. Das ist im Buch Apostelgeschichte, Kapitel 20, ich lese Vers 18. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen. Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Vers 19. Dass ich dem Herrn diente mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Sein Reich ist jetzt durch den Geist hier und Paulus brauchte nicht, gegen die Juden zu kämpfen. Er brauchte nur Sanftmut oder Demut, um zu gewinnen. Paulus hatte ein Treffen mit den Leitern aus Ephesus. Er erzählte ihnen, dass er nie etwas tat, indem er seinen eigenen Willen zurate zog. Der Teufel stellt denen, die reife Söhne und Töchter sind, täglich eine Falle. Aber Gott befreit sie, indem er ihnen sagt, was sie tun und lassen sollen. Paulus sprach zu den Leitern aus Ephesus, die schließlich ihre erste Liebe verloren. Wenn du die Versuchung nicht leicht überwinden kannst, dann hast du keine geistliche Bildung. Du wirst aufhören oder massiv aufgehalten werden, Christus nachzufolgen. Jesus sagte in Offenbarung, Kapitel 3, Versen 10 und 11. Das Buch Offenbarung, Kapitel 3, lese Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Vers 11. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Es ist noch Zeit zu lernen, was es heißt, demütig zu bleiben und sich nicht nur zu demütigen, wenn es ein Problem gibt. In der letzten Stunde der Versuchung deines Lebens oder wenn Jesus erscheint, wird es eine besondere Gnade für diejenigen geben, die demütig sind. Jeder auf dieser Welt wird am Ende eine Zeit der Versuchung erleben. Also mach dich bereit. Bist du eingeschlafen oder bereitest du dich auf diese Stunde vor? Diejenigen, die in kritischen Momenten immer wieder dem Fleisch gehorchen und zwei Herren dienen, werden am Ende Verworfene sein. Die Lauen werden ihren ewigen Lohn um eines zeitlichen Gewinns oder um der Bequemlichkeit willen verlieren, wenn sie nicht wie ein kleines Kind werden. Jesus lehrte in Matthäus 6 in Versen 24 bis 25. Das Matthäus Evangelium Kapitel 6 Ich lese Vers 24 Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Vers 25 Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Dein Verstand wurde nicht dafür geschaffen, über dein eigenes Wohlergehen nachzudenken. Du wurdest geschaffen, um Christus nachzufolgen. Du bist derjenige, der das Leben und den Frieden, den du jeden Tag genießen könntest, durch Denken zerstörst. Jesus ist der Herr von allem und er muss Herr davon sein, worüber du nachdenkst. Paulus schrieb in Galater Kapitel 3 in Versen 1 bis 4 Galater Kapitel 3 Ich lese Vers 1 O ihr unverständigen Galater, Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, den Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist? Vers 2 Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Vers 3 Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Vers 4 So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Das Wort töricht bei Strongs ist die Nummer 4, 5, 3. Es kommt aus einem anderen Wort und bedeutet von einer Ableitung und bedeutet nicht intelligent, implizit sinnlich, töricht, unklug. Euer Fleisch wird in komplizierten Situationen beschnitten, wenn ihr Christus nachfolgt, also braucht ihr keine Beschneidung. Die Galater waren müde geworden, das zu tun, was der Heilige Geist ihnen aufdruck und mochten es nicht, wie Verbrecher behandelt zu werden. Paulus nannte die Galater töricht oder verhext, weil sie anfingen, Christus nachzufolgen und seine Gnade angesichts einiger jüdischer Verfolgungen zu Beginn erfuhren. Paulus schrieb in Kolosser, Kolosser Kapitel 2 in Versen 12 bis 19 Das ist Kolosser, Kapitel 2, Beginn in Vers 12. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Vers 13 Er hat auch euch, die ihr tot wart, den Übertretungen und im beschnittenen Zustand eures Fleisches mit dem lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Vers 14 Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die Durchsatzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Vers 15 Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Vers 16 So lasst euch von niemandem richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumundfeste oder Sabbate. Vers 17 Die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Vers 18 Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampf Preis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Vers 19 Und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Der wahre Leib Christi sollte sich inzwischen um dich herum bilden. Du solltest den Duft Christi haben. Diejenigen, die religiös sind und Christus nicht nachfolgen wollen, werden dich meiden. Diejenigen, die Christus lieben, werden dich lieben. Paulus erlebte das Wirken Gottes, der ihm täglich durch den Geist Antworten gab, während er Teil des Leibes war. Wenn ein Teil deines Körpers nicht ständig Signale vom Gehirn erhält, wird er sterben. Du kannst nicht behaupten, lebendig und Teil des Leibes Christi zu sein, während du deinen Verstand verwendest, um Entscheidungen zu treffen. Paulus war nicht wie jemand, der im Krankenhaus liegt und kaum noch lebt und nach einer Wunderheilung oder mehr Kraft sucht, wie diejenigen im Leib Christi heute, die einen Durchbruch suchen. Er hatte das Beispiel des Kreuzes und entschied sich, nichts zu tun, um sich selbst zu helfen. Als er wie ein Verbrecher behandelt wurde, es sei denn, der Geist führte ihn. Petrus schrieb in 1. Petrus, Kapitel 3, in den Versen 10 bis 18. Wir lesen 1. Petrus, Kapitel 3, beginnt in Vers 10. Denn, wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, da sie nicht Trug reden. Vers 11. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Vers 12. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Vers 13. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Vers 14. Doch, wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Vers 15. Sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Vers 16. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, die euren guten Wandel in Christus verlästern, so schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Vers 17. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Wenn du ein langes Leben haben willst, höre auf deine eigenen Lippen. Du solltest dich ständig freuen. Du kannst die gleiche Beziehung zum Vater haben, wenn du täglich dein Kreuz auf dich nimmst und dich beständig verleugnest. Jesus wurde wie ein Verbrecher behandelt, aber vom Vater auferweckt, weil er nie sündigte. Gottes Auferstehungskraft wird jeden auf dem schmalen Weg, der ein vom Geist geleitetes Leben führt, mit Energie versorgen. Das Reich Gottes ist seit 2000 Jahren hier und durch den Geist sicherzustellen, dass jeder, der seinen vollkommenen Willen für sein Leben erkennen will, dies auch kann. Wenn dein Herz in diesen letzten Tagen beunruhigt ist, bist du an der Grenze dessen, was du geistig bewältigen kannst. Heilige ihn in deinem Herzen, bleibe still und meide das Böse, bis du bereit bist, mehr zu bewältigen. In der Living Bible steht in 1. Petrus, Kapitel 3, in Versen 15 bis 18, Vertraue dich Christus, deinem Herrn, an, und wenn dich jemand fragt, warum du so glaubst, wie du es tust, dann sei bereit, es ihm zu sagen, und zwar auf eine sanfte und respektvolle Weise. Tue, was richtig ist, wenn die Menschen dann gegen dich reden und dich mit bösen Namen beschimpfen, werden sie sich schämen, weil sie dich fälschlicherweise beschuldigen, obwohl du nur Gutes getan hast. Denke daran, wenn Gott will, dass du leidest, ist es besser, dafür zu leiden, dass du Gutes getan hast, als dafür, dass du Unrecht getan hast. Auch Christus hat gelitten. Er ist einmal für die Sünden von uns schuldigen Sündern gestorben, obwohl er selbst zu jeder Zeit unschuldig war, damit er uns sicher nach Hause zu Gott bringen kann. Aber obwohl sein Körper starb, lebt es sein Geist weiter. Das Wort beschämt in Vers 16 wird an anderer Stelle in der King James Bibel mit verwirrt übersetzt. Wenn du glaubst, dass irgendetwas unfair oder ungerecht ist, glaubst du bereits Lügen. Du wirst aus dem Geist herauskommen, um etwas zu tun und verwirrt werden und deines Fleisches willen. Wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 9, in Versen 22 bis 25. Also in Apostelgeschichte, Kapitel 9, Beginn in Vers 22. Saulus aber erstarkte umso mehr und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Vers 23. Als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander ihn umzubringen. Vers 24. Es wurde aber dem Saulus ihr Anschlag bekannt und sie bewachten auch die Tore sowohl bei Tag als auch als bei Nacht, damit sie ihn umbrächten. Vers 25. Die Jünger aber nahmen ihn bei der Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb hinunterließen. Paulus kehrte von Anfang an um von toten religiösen Werken und begann die Wahrheit zu sprechen. Er konnte nicht länger schweigen und der Plan Gottes für ihn begann bald nach seiner Bekehrung, weil er in der Tiefe umkehrte. Petrus schrieb in 1. Petrus, Kapitel 4, in den Versen 15 bis 19. Lese 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 15. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Vers 16. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Vers 17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Denn aber zuerst bei uns. Wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Vers 18. Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Du brauchst Frucht der Buße von toten Werken, sonst wirst du durch das Wiederauftauchen der Sünde beschämt werden. Die Sünde wächst nach, wenn die Buße oberflächlich ist oder fehlt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Du wirst als Mörder oder als Wichtigtuer in den Angelegenheiten anderer Menschen leiden. Höre weiter auf den Herrn. Du kannst alle Zeit in der Ruhe Gottes vollkommenen Willen tun. Wenn du auf dem Weg um der Gerechtigkeit willen leidest, ist das nichts, worüber du traurig sein solltest. Eine falsche Einstellung zur Furcht vor Leiden kann dazu führen, dass du rückwärts und nicht vorwärts gehst. Wir lesen Matthäus Kapitel 16, den Versen 1 bis 4. Das Matthäus Evangelium Kapitel 16 beginnt in Vers 1. Und die Pharisäer und Sadduzeer traten dazu, versucht nähen und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Vers 2. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Vers 3. Und am Morgen, heute kam ein Unwetter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels, versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Vers 4. Ein böses und eheberecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Und er verließ sie und ging davon. Jesus nannte die religiösen Juden blind, weil sie nicht sehen konnten, dass die Gnade für das ganze Volk Israel auslief. Die Gemeinde, die nach Zeichen der Zeit sucht, ist heute böse und ehebrecherisch. Sie werden beschämt werden, weil sie nicht davon Buße tun, ihren eigenen Verstand zu gebrauchen, um Herr ihres eigenen Lebens zu sein. Zum Zeitpunkt der Errettung solltest du das haben. Nummer 1. Du bist von toten Werken umgekehrt, nicht nur von schlechten. Nummer 2. Du bist davon überzeugt, dass nichts Gutes in dir ist. Nummer 3. Gottes Angebot der Vergebung und der Barmherzigkeit angenommen haben, während er die Entscheidung durch den Geist trifft. Nummer 4. Du hast begonnen, dein Heil in Furcht und Zittern und mit der Überführung des Geistes zu bewirken. Du wurdest dem Feuer entrissen, nachdem du selbst einen klaren Blick auf die Hölle bekommen hast. Wenn du nicht zutiefst umkehrst, wirst du wieder auf einem Weg landen, der dir richtig erscheint und wieder einen zweiten Blick auf die Hölle bekommen. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 2 in den Versen 12 bis 16. Das ist Philipper Kapitel 2, Jesu Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Vers 14. Tut alles ohne Murrung und Bedenken. Vers 15. Damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Vers 16. Indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, damit ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Diejenigen, die nach Gerechtigkeit streben, sind schadlos. Sie reagieren nicht. Eine plötzliche Veränderung der Umstände ist für sie kein Thema. Durch den Glauben wird Gott sein Wohlgefallen an allen denen tun, die glauben, auch wenn die Sünde überhand nimmt und diese Welt vergeht. Wenn du an deiner Errettung arbeitest und keine Ausreden für Sünde vorbringst, wirst du auf dem schmalen Weg Gnade finden. Du wirst mehr Zeit bekommen, um Buße zu tun, um die Lektionen zu lernen, die du noch lernen musst. In der Message-Bibel steht in Hebräer Kapitel 6 in den Versen 1 bis 3. Deshalb lassen wir ab von den vorschulischen Übungen von Fingermalereien an Christus und machen mit dem großen Kunstwerk weiter. Wachse auf für Christus. Die grundlegenden Wahrheiten stehen fest. Abkehr von der Errettung durch Selbsthilfe und Hinwendung zu Gott im Vertrauen, Taufanweisung, Handauflegung, Auferstehung der Toten, ewiges Gericht. Gott hilft uns, dass wir all dem treu bleiben. Aber es gibt noch so viel mehr. Machen wir weiter damit. Die Buße von toten Werken, nicht von schlechten Werken, ist das Heilmittel für die Verzögerungen in deinem Leben. Das ist der Grund, warum du beschämt bist. Die Überführung ist nicht dazu da, um dich zu quälen, sondern um dich an einen Ort zu führen, an dem du von toten Werken Buße tust und den Glauben an Gott in den Mittelpunkt stellst. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 13, in den Versen 4 bis 7. Es ist 2. Korinther, Kapitel 13, beginnt in Vers 4. Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Vers 5. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Vers 6. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Vers 7. Ich bete aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut, nicht damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut, wir aber wie Unbewehrte seien. Das Wort Verworfen bei Strongs ist Nummer 96, kommt von einem anderen Wort, und es bedeutet nicht anerkannt, das heißt verworfen, implizit wertlos, wörtlich oder moralisch, verstoßen, verworfen. Du bist zu einem Verworfenen, wenn du nicht von toten Werken umkehrst. Du bist buchstäblich und moralisch wertlos. Wie kannst du anderen helfen, wenn du nicht von toten Werken umkehrst? Du kannst ein großes Wissen über die Bibel haben und damit immer noch ein Verworfener sein. Paulus wusste, dass er durch jeden anderen, der weniger begabt war, als er selbst ersetzt werden konnte, weil er nicht bereit war, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen. Er war offen für Überführung. Paulus fuhr fort in 2. Korinther, Kapitel 13, in den Versen 8 bis 14. Da ist 2. Korinther, Kapitel 13, ich lese Vers 8. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Vers 9. Wir freuen uns nämlich, wenn wir schwach sind, ihr aber stark seid. Das aber wünschen wir auch, euer Zurechtkommen. Vers 10. Darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Stränge gebrauchen muss, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Vers 11. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch. Lasst euch zurecht bringen. Lasst euch ermahnen. Seid eines Sinnes, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Vers 12. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Vers 13. Es grüßen euch alle Heiligen. Vers 14. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Vollkommenheit ist möglich, wenn man dem Geist vollkommen gehorcht. Es gibt guten und schlechten Trost. Im Glauben solltest du dich immer mehr vom Geist lenken und leiten lassen. Wenn du zum Beispiel gebetet hast, wann du aufstehen sollst und du stehst später auf, dann weißt du, dass du den Herrn verpasst hast. Um deines Fleisches Willen im Bett zu bleiben, ist schlechter Trost. Wenn du später als zu deiner Schlafenszeit ins Bett gegangen bist, dann weißt du, dass du ihn irgendwo verpasst hast, indem du tote Werke tust. Petrus schrieb in 1. Petrus Kapitel 2 in Versen 6 bis 8. Ich lese 1. Petrus Kapitel 2 Vers 6. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Vers 7. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben gilt, der Stein, den die Baumleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Vers 8. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Das Wort zu Schanden ist bei Strangsi Nummer 2617, kommt von anderen Worten und heißt zu beschämen, das heißt, in Ungnade zu fallen oder implizit in Verlegenheit zu bringen. Zu Schanden werden, in Unehre bringen. Wenn du dich nicht selbst entäußerst, wirst du beschämt werden. Was du zu wissen glaubst, wird dich daran hindern, jeden Tag auf dem schmalen Weg das zu wissen, was du wissen musst. Folge nicht den Theorien. Paulus schrieb an Timotheus in 2. Timotheus Kapitel 2 Vers 10 bis 21. 2. Timotheus Kapitel 2 Vers 10 Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten Willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Vers 11 Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Vers 12 Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Vers 13 Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Vers 14 Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts Nütze ist, als zur Verwirrung der Zuhörer. Vers 15 Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Vers 16 Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Vers 17 Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus. Vers 18 Die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Vers 19 Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. Vers 20 In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch Hölzerne und Irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Vers 21 Wenn nun jemand sich von selbst reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Haus her nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Ausdauer und Leiden sind Teil des Evangeliums. Seine Gnade reicht aus für alles, was wir durchmachen. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Du bist derjenige, der bestimmt, ob du ein Gefäß der Ehre oder Unehre bist. Sieh dir an, wofür Gott dich jetzt gebraucht. Wenn er dich nicht für viel gebrauchen kann, fang an, dich von einer weniger ehrvollen Verwendung zu reinigen, indem du deine Prüfung bestehst. Joseph Hatchcock würde sagen, dass alles seinen Lauf nimmt. Wenn du die Lektionen in den Prüfungen, die du durchmachst, lernst, werden sie verschwinden. Studiere das Wort der Wahrheit und ertrage die Überführung Korrektur, die du erfährst, damit Gott dich für eine ehrenvollere Aufgabe im Leib Christi bestimmen kann. Jesus sagte in Offenbarung, Kapitel 3, Versen 15 bis 19, aus dem Buch Offenbarung, Kapitel 3, lese Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. Vers 16 So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Vers 17 Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Vers 18 Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, aus dem Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich begleitest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Vers 19 Alle, die ich lieb habe, die überführe und süchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Pass dir niemals an, was Jesus gesagt hat, damit es zu deiner privaten Auslegung der Schrift passt, sonst wirst du beschämt werden. Diejenigen, die ein Vertrauen in das Fleisch haben, sind geistig blind und Gott wird sie, wenn sie ein Kind Gottes sind, nur für eine unehrenhafte Bestimmung verwenden. Wenn du die Gegenwart Gottes verloren hast, musst du eifrig sein und Buße tun. Es gibt die Sünde des Begehens und die Sünde des Unterlassens. Du arbeitest nicht an deiner Errettung, wenn du Dinge um deines Fleisches willen tust. Du musst deinen Glauben an Gott gebrauchen, nicht an irdische Weisheit, um alltägliche Probleme zu lösen. Glaube bedeutet einfach, Gott zu vertrauen, dass er vertrauenswürdig ist, um das zu tun, was er sagt, dass er es für dich in komplizierten Situationen tun wird. Du kannst ihm Fragen stellen, aber Gott nicht Infrage stellen. Paulus schrieb in Römer, Kapitel 12 in Vers 3, in dem Buch Römer, Kapitel 12, Lese Vers 3. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als es sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. In der Ämterfeld-Bibel-Klassische Ausgabe heißt es in Römer 12, Vers 3, Denn durch die Gnade, unverdiente Gunst Gottes, die mir zuteil geworden ist, warne ich jeden unter euch, sich nicht höher einzuschätzen und zu halten, als er sollte, nicht eine übertriebene Meinung von seiner eigenen Wichtigkeit zu haben, sondern seine Fähigkeiten, mit nüchternem Urteil zu bewerten, jeder nach dem Grad des Glaubens, den Gott ihm zuerkannt hat. Es kann sein, dass du dich demütigst, wenn du überführt wirst und gleich danach versuchst, mit deinem Verstand die richtige Antwort zu finden. Diese Gewohnheit muss gebrochen werden. Das bringt dich zurück ins Fleisch. Jesus hat gesprochen in Lukas 9, Vers 23-25. Ich lese das Lukas Evangelium, Kapitel 9, Beginn Vers 23. Er sprach aber zu allen, Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Vers 24. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und meint will, der wird es retten. Vers 25. Denn was hilft es einem Menschen, wer eine ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Du kannst nicht von toten, religiösen Werken umkehren, indem du deinen Verstand gebrauchst, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das Fleisch wird immer die falschen Entscheidungen treffen, weil es selbstsüchtig ist und du wirst beschämt werden. Sich auf deinen eigenen Verstand zu verlassen, bedeutet nicht, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen. Du musst bereit sein, alles, was du gelernt hast, wegzuwerfen und neu anzufangen. Das sieht auf den ersten Blick töricht aus, aber wenn du das tust, bist du wie Christus, der sich von allem, was er wusste, entäußert und sich deinem Vater untergeordnet hat. Diese Welt und die Gemeinde, die sich dieser Welt angepasst hat, glaubt, dass du nicht dein ganzes Leben verlieren musst, um es zu gewinnen. Wenn du jemals zu einer Schlussfolgerung kommst, die dem widerspricht, was Jesus gelehrt hat, hast du Vertrauen in das Fleisch und glaubst Lügen. Wir lesen in Matthäus, Kapitel 19, Versen 27 bis 30. In Matthäus' Evangelium, Kapitel 19, Lese Vers 27. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, Wahrlich sage ich euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Vers 29. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Vers 30. Aber viele von den Ersten werden Letzte und die Letzten werden Erste sein. Diejenigen, die sich der Überführung widersetzen, widersetzen sich dem einzigen Mittel, durch den Geist zur Wahrheit zu kommen. Verwende das Notizbuch, das in Kapitel 2 des Buches Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1 beschrieben wird. Du wirst in deinem Notizbuch festhalten, was du unter Druck tust. Die schlechte Frucht, die in der Nachfolge Christi auftaucht, kann Gott verwenden, um dir die Wurzel der Sünde zu zeigen. Jeder Schritt zur Wurzel der Sünde wird etwas mehr Überführung mit sich bringen. Diejenigen, die Gott einfach hören und tun können, was er sagt, werden in allem die Ersten sein. Lass dich nicht verwirren. Du kannst dem, was Gott gesagt hat, nicht durch Nachdenken etwas hinzufügen. Paulus sagt in Philippa Kapitel 3, in den Versen 7 bis 9. In dem Buch Philippa Kapitel 3, ich lese Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christus Willen für Schaden geachtet. Vers 8. Ja wahrlich, ich erachte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Vers 9. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Nicht jeder bekommt die gleiche Belohnung. Es gibt eine Krone dafür, das aufzugeben, was du in der Nachfolge Christi nicht behalten kannst. Täusche dich nicht über die Belohnungen, die du in diesem Leben erhältst und die du nicht mitnehmen kannst. Diejenigen, die nicht loslassen und Gott gewähren lassen können, werden beschämt werden. Manche Dinge werden uns gegeben, damit andere sehen können, dass Christus uns mehr bedeutet als alles andere. In der Immelfeld-Bibel-Klassischen Ausgabe steht im Psalm 22 in Versen 4 bis 6. Aber du bist heilig, du, der du wohnst an dem heiligen Ort, wo in den Lobgesängen Israels. Unsere Väter vertrauten auf dich, sie stützten sich auf dich und waren zuversichtlich, und du hast sie errettet. Sie schrien zu dir und wurden errettet. Sie vertrauten auf dich, stützten sich auf dich und waren weder beschämt noch zu Schanden geworden oder enttäuscht. Du wirst vielleicht nicht die Zeit haben, alles zu verlieren, um Christus nachzufolgen, aber achte darauf, dass du dich nicht an irgendetwas in dieser Welt festhältst, das vergänglich ist. Paulus sagt in 1. Timotheus 6, in Versen 6 und 7. 1. Timotheus 6, Beginn in Vers 6. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Vers 7. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Jesus glaubte, dass es unmöglich ist, mit dem Vater in Leitung zu verlieren. Durch den Gehorsam gegenüber dem Geist können nun diejenigen, die gehorchen wollen, das auch tun. Andere werden verwirrt werden und weiterhin tote religiöse Werke tun. Du musst nur dir selbst gehorchen. Du wirst die Möglichkeit verlieren, ein edles Leben zu führen, neben du Gott dienst, wenn du auf dein Fleisch hörst. Je eher du anfängst, Christus nachzufolgen, desto besser. Es ist nicht möglich, zwei Herren zu dienen. Einwähre dienst du Gott durch den Gehorsam gegenüber dem Geist oder dem Teufel durch deinen fleischlichen, natürlichen Verstand. Gott lässt dir die Wahl. Wähle Weise. Denken ist gefährlich. Wir sind nichts ohne ihn. Du wurdest für einen bestimmten Zweck erschaffen. Er hat diese Bestimmung nicht deinem Verstand offenbart, als du auf die Erde kamst, damit du sie durcheinander bringst. Nur wenn du beständig demütig bleibst und seine allumfassende Gnade hältst, kannst du diese Bestimmung erfüllen. Gott hat dir ein gewisses Maß an Glauben gegeben, damit du diesen auf ihn und nicht auf andere Dinge setzen kannst. Glaube in Gott heißt, Gott zu fragen. Er kennt den Plan und weiß, wie der Glaube funktioniert und richtig angewendet wird. Jedes Kind Gottes hat das gleiche Maß an Glauben, damit es eine Beziehung mit Gott entwickeln kann, wie Christus sie auf der Erde hatte und ähnliche Ergebnisse erzielt, wenn es ihn in die Wahrheit freisetzt. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen willst, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen, Meine Schafe, höre meine Stimme von Joseph Hatchcock. Wenn du einen Neuanfang machen und dich auf den schmalen Pfad begeben willst, täglich auf den Geist sehen, das volle Heil und die Freiheit durch regelmäßige Umkehr erleben willst, dann kann ich dir das Buch empfehlen, Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Grundlagen für geistliches Wachstum von Joseph Hatchcock. Wenn du geistig aufwachsen willst, nicht irdisch gesinnt sein und zur Reife kommen willst, dann kann ich dir das Buch empfehlen, Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistig aufwachsen von Joseph Hatchcock. Akzeptiere keine gefälschte Version des Christentums, die auf religiösen, toten Werken basiert, bei denen du dich nicht täglich selbst verleugnen und dein Kreuz auf dich nehmen musst. Du musst sicherstellen, dass du auf den schmalen Weg kommst. Die breite Straße, die ins Verderben führt, sieht gut aus. Sie ist mit Hier geht's zum Himmel ausgeschildert. Und viele wohlmeinende, gute Menschen, die die Gemeinde besuchen, befinden sich auf der breiten Straße. Wenn du weißt, dass du der Wahrheit widerstanden hast und wissen willst, warum, dann kann ich dir das Buch des Vergoldeten Gefängnisses über Arbeit der Ausgabe von Joseph Hatchcock empfehlen. Diejenigen in der Gemeinde, die zwei Herren dienen, wollen Segen hören, wenn es keinen Segen gibt. Sie wollen nicht hören, dass es einen Preis zu bezahlen gibt, wenn sie Christus nachfolgen. Du verlierst nichts, was ewig ist, wenn du Christus nachfolgst. Du verlierst nur zeitliche Dinge, die du sowieso nicht mitnehmen kannst. Wenn du dich dieser Welt mit den falschen Prioritäten anpasst, ist jetzt die Zeit, deine eigene Seele zu retten. Jeder muss seine Seele verlieren, um sie zu gewinnen. Wenn du dich beschämt fühlst, kannst du jederzeit einen Neuanfang machen. Du brauchst eine völlige Zerbrochenheit in Bezug auf Gottes vollkommenen Willen, nicht nur ein weiteres Pflaster auf einige selbst geschaffene Wunden, indem du noch mehr tote religiösen Werke tust. Wenn diese Botschaft heute zu dir gesprochen hat und du erkennst, ja, ich bin beschämt, es sind nur die Dinge im Inneren, die dies verursachen, die Wünsche und Begierden, mit denen du dich nie beschäftigt hast. Sie sind noch immer da und sie wachsen erneut, solange es da noch tote Werke gibt, die du weiterhin tust. und die einzige Lösung ist Buße. Du musst dir Zeit nehmen und du musst vorbereitet sein, darin zu investieren, die Wurzel der Sünde zu finden. Das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Aber der Heilige Geist wird dir zeigen, wo du dich an Gott gestört hast und einen besseren Weg gewählt hast. Wenn diese Botschaft zu dir gesprochen hat, lass mich jetzt mit dir beten und ich werde dafür beten, dass der Heilige Geist dir hilft und beisteht, sodass du zur Buße an der Wurzel kommen kannst. Vater, ich weiß, dass dein Volk, welches diese Botschaft jetzt gehört hat, gehört hat, was du gesagt hast. Du hast zu ihnen gesprochen durch den Fakt, dass sie faul waren und sich nicht auf den Heiligen Geist in allem verlassen haben. Und Vater, du hast zu ihnen durch den Fakt gesprochen, dass sie Termine verpasst haben. Vater, diese Dinge sind in ihrem Leben geschehen. Aber Vater, ich bete jetzt, dass sie dies alles vergessen und zu dir kommen, sich unterordnen und ehrlich sind bezüglich dem Fakt, dass die Sünde wieder heranwächst. Sie können etwas dagegen tun. Sie können tiefe Buße tun, wo sie zuvor keine tiefe Buße getan haben. Vater, ich bete, dass du ihnen besondere Gnade schenkst, dass sie einen Neustart bekommen, sodass sie zur Wurzel der Sünde kommen können. In Jesu kostbarem Namen. Amen. Eine Zusammenfassung der Bibelstellen, die in der heutigen Botschaft verwendet werden, findest du unter dem Video. Entweder in schriftlicher Form oder über einen Link zu einer Website. Unsere Kontaktdaten folgen am Ende dieser Botschaft. Bitte setze dich mit uns in Verbindung. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Gott segne dich und danke fürs Zuhören. Gott seines Wurzelest. Du bist in Verbindung. Gott seines Wurzelest. Gott seines Wurzelest. Gott seines Wurzelest. Gott seines Wurzelest. Vertraue und Sin Zuhören. Gott seines Wurzelest. Untertitelung des ZDF, 2020